Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4 an diesem Freitag mit den letzten beiden Strecken. Vignedo Lalbo Set und Vignedo de Popolis sind die letzten beiden Teile. Ja, vor der Kilometerzeit wird es etwas kürzer sein als gestern, aber wie gesagt, das ist auch herzlich egal, auch von der Zeit wahrscheinlich her. Aber das ist egal. Wir fahren. Wie das kommt? Wir haben jetzt den längsten Teil in dieser Tour, nämlich mit 9,26 Kilometer. Meine Katze ist auch am Start, wie immer. Ach ja. So, heute ist Freude. Das offizielle Wochenende steht an. Gestern war Feiertag. Wie gesagt, nächste Woche geht's los mit der Formel 1. Nein, Quatsch, heute ist Samstag. Heute ist Samstag? Heute ist Samstag. Entschuldigung, heute ist nicht Freitag, heute ist Samstag. Gestern war Feier. Mein Gott. Ja, Wochenende ist trotzdem da. Ich habe hier genießt es bisher und schaut mal in der Folge. Gut, was haben wir denn noch vor uns zu fahren? Drei Wertungsprüfungen brauchen wir noch zu holen. Die haben wir, äh, zwei Wertungsprüfungen müssen wir holen, drei haben wir geholt. Erster sind wir momentan, die strafen wir noch gar nicht. Nur zur Zwischenzeit, das haben wir auch schon auf grün, die drei Wertungsprüfungen brauchen wir noch eine saubere Prüfung. Auf jeden Fall. Vielleicht heute. So, dann gehen wir rein in den nächsten Teil. Mit einer fehlerfreien Wertungsprüfung verdienen wir uns einen besseren Ruf. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 3, links 6, in rechts 4, durchsenke, 60, rechts 4, nicht schneiden. In links 2, durchsenke, in links 1, 80, rechts 4, überkupper, 60. Rechts 4, überkupper, 60, rechts 4, in links 2, durchsenke, in links 1, 80, rechts 4, überkupper, 80. Links 6, überkupper, 60, rechts 5, überkupper, 60, rechts 6, überkupper, 60, rechts 5, überkupper, 60. Ein bisschen Gas geben hier, ein bisschen Luft geben. Rechts 6, in links 1, lang, offene Kehre, rechts. In links 4, 80, rechts 3, links 6, in rechts 4, durchsenke, 80, rechts 4, nicht schneiden. In offene Kehre, links. In rechts 1, lang. In links 6, in rechts 6, in rechts 1, guck, in links 2, in links 1. So, ein bisschen rechts 3, konzentrieren, ein bisschen weniger anbüttchen. Rechts 5, 60, rechts 5, 60, rechts 2, aber wenn, ist das auch egal. Aber eigentlich, ich hoffe, ich würde jetzt auch haben, ich habe fast 4 Millionen Credits, also sollte eigentlich egal sein. Ein paar machen es auch genau. 14,3, was ich ja wohl hinkomme. Links 4, rechts 3, durchsenke, links 6, überkupper, rechts 1, durchsenke, in links 4. Links 4, durchsenke, in rechts 1, überkupper, links 3, 80, in rechts 3, überkupper. Links 4, durchsenke, in links 4, rechts 4, rechts 4, in links 1, durchsenke, rechts 6, überkupper, links 3, durchsenke, 40. Gruppe rechts 6, links 6, 60, rechts 6, in offene Kehre, rechts, in links 2, 100, rechts 6, in links 1, lang, offene Kehre, rechts, in links 4, 80, links 4, überkupper, 80, rechts 4, links 4, überkupper, 80, links 4, überkupper, 80. Ah, das sieht gut aus, 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 das sieht gut aus In links 3, 60 In rechts 3 Kehle links In rechts 6 Links 6 Links 6 In rechts 4, dann macht zu Und Achtung, links 4, sofort rechts 3, überkommt, enttäuscht Rechts 6 In links 4, Bälle In rechts 3 In links 5 Links 5, in rechts 3 In links 5, in rechts 1 durchsenke In links 3 Rechts 4, links 4 80, überkreuze Links 5, überkreuze So, ich will mich die Stadt hier Rechts 3, links 4 80, überkreuze Links 5, lang, überkreuze 80, links 3 60, überkreuze Rechts 4, überkreuze 80, überkreuze Rechts 4 So, ich habe es gerade so, ich habe es geschafft In rechts 4, überkreuze In rechts 4, überkreuze In offene Kehle rechts Dahin, rechts 4, überkreuze Da war auch nicht das jetzt, ich habe es nicht unterhalten Zu dünn, zu dünn, zu dünn, zu dünn, zu dünn, zu dünn Bälle Aber ist egal, wie gesagt In rechts 3, wie gesagt In links 4, in links 6 Links 3, überpumper In rechts 4, durchsicke In links 3, lang, macht auf In rechts 6 So, letztes Abschnitt, letztes Wettes Bisschen. Aua, den Stein habe ich gesehen, der war aber zu spät, der war schuld. Oh, sie kurz vor dem Ende nochmal zu verkacken war, als ob sie mal aufgrühen, sie sind 46. Genau, dann haben wir das auch. Aber sauber wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein. Das würde mich auch schwer wundern. Das geht jetzt so fort. Das war ja, ich muss noch etwas machen. So, perfekt. Jo. Gut, dann geht das sofort jetzt in den letzten Teil. 4,67 Kilometer, die heute auf jeden Fall nochmal anstehen. So. Ja, wir bleiben dabei. Eine sauberwertige Prüfung haben wir nicht gekriegt bisher. Mach dir keine Sorgen um die äußerlichen Beschädigungen. Ich weiß drauf. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, ist es einfach so. Ändern kannst du es dann nehmen. Und wie gesagt, wir haben nochmal, wir haben noch. So, jetzt haben wir versucht, einen halbwegs vernünftigen Wertungsprozess zu kriegen. Ja. 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 In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. So, bis ich es mit 4 wurde. Dann war ideal, wenn man die sich ausarbeiten bekommt. Ich würde die Punkte ja neben uns gehen wollen. Links 6. Über 4. Rechts 4. Rechts 5. In links 3. In rechts 4. In links 6. Da wird sich müde der Trecker am Trinken. In rechts 4. Durchsenke. In links 3. Lang. Macht auf. In rechts 6. Links 4. In rechts 2. Macht auf. Lang. In links 4. Über 60. Rechts 5. Links 5. Rechts 5. Rechts 3. In links 1. Durchsenke. In rechts 5. In links 3. In links 4. In rechts 4. In links 5. Lang. Macht zu. 3. In rechts 4. 60. Rechts 6. Links 6. Inkehre rechts. In links 3. In rechts 4. Lang. Macht auf. In rechts 6. In rechts 6. In rechts 4. Lang. Macht zu. Und Achtung. Links 4. Sofort rechts 3. Über 5. Täuscht. Bis Ziel. Das haben wir auch gerockt. Das haben wir auch gerockt. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Gut. Damit haben wir das Ding auch zurück. 25 punkte gehen auf unser konto jetzt die große frage haben wir geschaffen haben müsste grüßen schade aber egal 22.000 abzüge das würde für den 41 nach dem link reichen aber das sehen wir dann im nächsten part nämlich morgen um 14 uhr bis heute wiedersehen bei let's play dirk 4